Ja, da. Ah, guck mal. Da sehen wir noch direkt. Oh, ist das knapp gewesen. Und hier klettert einer. Wuhu. Klatsch. Morgen. Ey, die Waffe macht so Bock. Oder doch dumm einfach. Geil. Oder war das jetzt hier und ich hab ihn nicht... Yo. Ich fass es nicht, ist die geil. Oh, hier macht die Tür zu. Das bringt dir auch nichts. Oh, ich hab mich nachgeladen. Hoch. Haben wir doch. Auch zum zweiten Mal. Yo, Leute. Wir sind wieder am Start und willkommen zu diesem schönen Wars und Solos Video. Das alte Intro musste auch mal wieder sein. Wir spielen heute die Kronen Squall mit der MP5 zusammen. Ich sag euch, die Klasse, die ihr jetzt sehen werdet, die haut ordentlich rein. Schreibt mir ja gerne mal rein, was ihr von der Klasse haltet und die Waffe an sich. Vor allem, wenn man die auch auf Einzelschuss stellt, ist die nochmal krasser. In diesem Video Full Auto auf Rückschuss gebaut. Auch sehr, sehr zu empfehlen. Sarkin Thread. So getunt. Ihr könnt es natürlich auch noch mehr auf Rückschuss bauen. Je nachdem, was euch so lieber ist. Dann den HR-Lauf auf Rückschuss und Reichweite. Ich hab mich für den Lockgrip Precision entschieden, ohne es zu tunen, weil das eigentlich keinen Sinn macht, außer vielleicht nochmal ein bisschen auf ZV. Dann Zielhilfen V4-Visier. Oder, wie ihr in dem Video auch sehen werdet, mit dem VLK-Visier. Kann man auch sehr, sehr gut spielen. Ich mag das Z4 auf Nah, aber am liebsten aktuell. 50er Mac drauf und ihr seid eigentlich ready to go mit der neuen Meta-Waffe, die ja auch aus dem Battle Pass ist. MW-5 dazu mit Sandstorm. Ich zeige euch schnell nochmal die Tunings, damit ihr das nachbauen könnt. Macht kurz Stopp. 40er Mac. Hinten haben wir noch den Lachmann TCG. Griff drauf. Hier ist das Tuning. Und einfach schaftlos, damit ihr richtig schön Mobility habt. Ist auch wirklich nur für Nahkampf gedacht. Gerne mal schauen, ob ihr schon auf Abonnieren geklickt habt. Ob das Ganze schon grau ist bei euch. Und an der Stelle, YouTube deabonniert ja manchmal auch ein bisschen automatisch. Deswegen checkt das gerne nochmal, wenn ihr das Video seht. Jetzt hat es ganz viel Spaß mit den Runden. Hat sehr viel Bock gemacht wie dein Solos. Let's go. So. Habe ich da halt die Kronen bekommen? Richtig ran? Vielleicht noch hier ganz kurz einmal eine Platte her. Ja, das macht Spaß. Das ist es. Für den Flex auch wichtig. Ja, da kann der nichts machen. Kann der nichts machen. Nee, nicht gar nichts. Ich habe genug von allem, ne? Feindliche Drohne. Das juckt mich eher gar nicht. Wer ist hier? Ich sehe dich nicht. Wo bist denn du? Ach, da oben. Aua. Der kommt nicht mal. Dann kommt doch mal. Nein. Und zack. Boom. Da ist er weg. Schneller jetzt. Keine Heilung, ne? Boom. So nämlich. Ha. Bin ich auch nochmal heiß jetzt. Gib mal jetzt die Sachen hierher. Das habe ich hier alles nicht aufgenommen. Zack. Keine Streaks. Gar nichts. Okay. Keine Gegner da. Wichtig. So. Kronen jetzt so. Mit Nahe. Ich glaube, die können auch gut reinhauen. Ich glaube, das ist es. Das ist es. Hm. Nein. Hoch geht es hier nicht, ne? Ich den kriege. Ah, schade. Gerade war der irgendwo hier unten. Hm. Das ist mein Schatten. Da ist er. Das ist, das ist krass. Das ist ja so wenig Rückstoß. Unfassbar. Ja, ist egal. Dieses Schall hat ja so rein. Freundliche Drohne. Sagt erstmal guten Morgen. Ja, wichtig. Zack. Also mit Meta-Klasse ist das ja nochmal ein ganz anderes Game einfach. Das Gas kommt nähe. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, was will ich mit dem... Blackside markiert. Begebt euch dorthin. Drohne zeigt mir ein. Blackside wird ja unfassbar Sinn machen. Ich fliege. Wo lang? Ah, ist komplett weg, ne? Irgendwo hier Brücke. Hm. War sind ja so gut, Bro. Er ist gerade super, oder? Bestes Game. Marker da. Kronen Single Fire hat auch guten Schaden. So, wo läuft unser Kollege? Ist er noch hier irgendwo unterwegs? Da schwimmt einer. Ist hier auch was? Da auch. Ich gehe erstmal hier lang. Hier ist einiges los, ne? Oh, los. Let's go. Auch nett, dass du das hier so... ...frei gebaut hab, die Leiter. Und, krieg ich eine große Überraschung hier oben? Ne? So. Da sind wir doch. Schiff, voll Tür. Wo ist unser Jugger? Jugger, Juggernaut. Moin. Geht doch. So. Haben wir doch. Oh, da gibt's einen Wiedereinstiegstoken. Das ist halt tip top. Verbesserte. Schlüssel weg. Golden hab ich schon. Der snipet da einfach. Ich glaub, da will ich auch hin. Dem würde ich sehr gern Hallo sagen. Jetzt ist es ja runter. Aber wenigstens ist ja Action und man kann was machen. Irgendwo am Lodi. Warte mal. Beide unter der Brücke. Ah, er ist alleine, ne? Nein! Verdammt. Moin. Jetzt hol ich den sogar ohne Prezi. Ja, besser aktiviert die Drohne als, äh, gar nicht, ne? Oh, da fliegt einer auch hin. Ich glaub, hier hockt einfach ein Gegner drin. Das ist ein Bot. Warum ist da oben ein Bot? Was macht der da? Ach, du heilige Mama mia. Wie krank ist die? Hier war doch gar ein Gegner. Hm? Er wollte auch kurz Hallo sagen. Junge, Junge. Das ist ja... Das ist ja nicht normal eigentlich, ne? Ja, der hockt da zu sehr im Headbitch. Da ist... Ist ja Quatsch, jetzt anzugreifen. Es sei denn, ich komm hier irgendwie ganz hoch. Aber ich weiß nicht, wo es hier hoch geht. Er... Er wusste. Das gibt's ja nicht. Ich muss es versuchen. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ich scheiß mal auf die anderen und geh zu ihm hier. Ist er hoch? Er ist gerade hier hoch. Da hat's gekracht. Komm. Huh. Let's go. Das war so wichtig, aber ich hab gar keine Platten, ne? Ja, ich... Das glaub ich jetzt nicht. Der kommt ja auch gar nicht. Hä? Was ist mit ihm los? Ach, ich wohne eigentlich hier rum. Sind das jetzt die Bots, die auf mich schießen, oder? Mhm. Die zwei da noch. Das Gas näher sich dir. Run! Der eine ist auch oben safe, oder? Mhm. Das ist ja blöd jetzt. Man kommt da halt nicht hoch, ne? Die fighten. Das Gas näher sich. Oh ja. Ah, eins gegen eins ist es immer noch nicht. Was machen wir? Nein, eine andere. Kletter doch. Das war nicht der Move. Und der Kletter wieder zu langsam runter. Geht sofort weiter. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mal hier beim Livestream vorbeischauen würdet. Einfach auf Twitch mal nach Emro suchen. Ich bin da fast jeden Tag live. Check das gerne aus. Und jetzt weiter mit dem Video. No-Lord krachen da hinten hin. Boom und weg. Packt. Äh, passt. Spreng kann ich nicht mehr, aber spielen. Ist auch wichtiger. So, haben wir die Variante. Und jetzt. Bitte kein Timing kassieren. Bitte. King, ja, das zählt zu Stream-Style. Wenn du das machst, wirst du gebannt. Tschüss. Ne, wirklich. Also bitte einfach nicht machen. Wo ist der? Ich markier mir den mal noch. Da sind zwei. Und hier ist einer, okay. Wer sitzt hier irgendwo, oder? Guck mal da. Das ist ja übergeil. Die Variante. Da sitzen sie in den Häusern. Hä, mit VLK wie sie einfach. Hä, wie geil. Oh, nee. Uh. Spring. Ich bin wieder drin. Okay. So. Er war hier unten drin. Er ist oben safe. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Oh. Ich wollte gerade sagen, bisher kamen sie immer hier. Top. Geht doch. Gulag gefühlt. Bessere Connection. Okay, wo bin ich gestorben? Kommen wir da nochmal heran? Ach, ich dachte, ich kann mich hier irgendwie hinlegen. One Shot. Schade. Oh, geil, dass ich den Life Mark bekommen habe. Unfassbar wichtig. Oh. Wer rennt denn da hin? Das ist ja der geisteskranke Schepper. Wirklich. Das ist ja so geil. Äh, Maske, Maske, Maske. Ja, cool. Er hat meine Waffe genommen gehabt. Gewesen. Top. Let's go. Der landet halt erst noch. Und da guckt schon einer. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Oh, ich habe keine Flash mehr, ne? Jetzt geht der hoch. Ach. Hm. Sniper, cool. Muss ich auch nur zweimal heilen. Oh, er snippt hier immer noch hin. Nee, so nicht. Machen wir hier nicht. Nee. Lass mal sein jetzt hier. Ich mache eine Juderolle. Und ab geht's. Hat der irgendwas? Er hat eine verbesserte. Was meint er? Das sind Bots. Ach so. Warum? Das ist ja ärgerlich. Ich will die noch nicht anmachen, ne? Hopp entspannt. Und gönn mir den kurz mal eben. So. Ach. Falsche Tasse geworfen. Zum Werfen. Das ist ein anderer. Ich glaube, es war ein anderer. Skin technisch. Oder? Vertue ich mich. Wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Er kam zurück einfach. Und er piekt im richtigen Moment. Als ob er es wüsste. Ach man, das gibt's doch nicht. Meld den, der cheatet. Gerade in TT gesehen. Nein, der ist live und cheatet. Oh, dann. Er ist weg. Er ist so schnell weg gewesen. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn reportet, er ist insel weg gewesen. Das gibt's nicht. Was? Habt mich gefreut, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Hier kommt jetzt das letzte Video. Und schreibt mir natürlich gerne mal einfach irgendwas in die Kommentare. Würde mich freuen, dann kann ich was lesen. Mein Livestream ist natürlich auch verlinkt, wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt. Und meine Social Media Kanäle. Alles in der Beschreibung. Jetzt ganz viel Spaß im Weiterschauen, wenn ihr hier noch weiterguckt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.